Hier haben wir nun unseren Spätbohunder B Trocken, das Wein Peter Kirchel. Ein toller Wein, ausgebaut im Barrickfass. Dafür steht das B im Namen Spätbohunder B Trocken. Diese Barrickfässer können Sie direkt neben mir hier sehen. Der Ausbau dieses schönen Spätbohunder B im Barrickfass erfolgt in erster und zweiter Belegung. Dema ist er nicht so Barrick betont oder lastig, wie man das vielleicht von anderen Weinen kennt. Er ist daher schön mild, schön weich. Wunderbar schön eingebunden, die Frucht des Spätbohunders mit den mineralischen Böden und dem Barrick. Er gibt immer ein schönes Röstaroma, aber auch die typische Spätbohundernase, die Kirsche. Schön raus zu riechen, wie auch zu schmecken. Dieser Wein passt zu jeder lauschigen, schönen Stunde von Kamin zusammen mit Freunden, aber auch zu ihrem Essen. Aufgrund, dass er einfach diese Frucht und dieses weiche Tannin mitbringt, was er hat. Daher möchte ich einfach mit Ihnen auch anstoßen auf diesen tollen Wein, unseren gelungenen Spätbohunder B. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielen Dank.